Hallo zusammen, die Firma Easy Act hat uns einen Kopfhörerständer zur Verfügung gestellt, den wir euch mal zeigen wollten. Los geht's nach dem Intro. Hier steht das gute Stück auch schon. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Easy Act oder Easy ACC. Ich weiß es leider nicht besser. Jedenfalls hat die Firma uns angefragt, ob wir nicht ein Produkt von denen testen wollen. Hier handelt es sich um einen Kopfhörerständer, wo man natürlich ein Kopfhörer schön drauf positionieren kann oder auch ein Gaming Headset für den Computer. Gleichzeitig dient es auch als USB Hub. Hier haben wir beispielsweise vier USB 3.0 Anschlüsse an der Vorderseite und einen USB Schnelllader an der vorderen rechten Seite. Hier haben wir 18 Watt Leistung und über Wireless Charging sogar 5, 7,5 oder 10 Watt. über kabelloses Laden dann. Natürlich mit dabei ein Anschluss, um es an den Computer anzuschließen, USB 3.0. Dann sind auch die USB Anschlüsse funktionabel, dass ihr die auch nutzen könnt. Hier könnt ihr beispielsweise Sticks anschließen, eine Tastatur, eine Maus, ein Lautsprechersystem, was auch immer, wenn euer Computer zu wenig USB Buchsen hat, könnt ihr das super dafür nutzen. Und natürlich auch zeitgleich euer Handy, Smartphone, Tablets, was auch immer, über USB laden. Dafür, wenn ihr die Ladefunktion nutzen wollt, müsst ihr natürlich das Netzteil noch mit anschließen, was aber auch im Lieferumfang natürlich mit enthalten ist. Falls ihr es nicht als Kopfhörerständer nutzen wollt, könnt ihr natürlich auch den Arm abmachen. Hier ist übrigens alles aus Kunststoff gefertigt, also jetzt keine sehr hochwertigen Materialien. Das nun mal so nebenbei. Das Gerät fässt sich jetzt auch nicht sehr, sehr hochwertig an. Ist halt viel Kunststoff. Aber das ist nun mal wahrscheinlich so bei der Firma. Da kann man wahrscheinlich auch nicht viel mehr erwarten. Ansonsten, hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, leuchtet auch so ein bisschen das Induktionsladen hier in verschiedenen Farben. Ja, optisch gesehen einfach ein Hingucker. Ansonsten auch nicht mehr. Das gute Produkt gibt es bei Amazon aktuell für 36 Euro, glaube ich, zu kaufen. Aktuell auch noch mit einem 8 Euro Gutschen-Coupon, sodass ihr da ein bisschen sparen könnt. Den Kauflink tun wir euch natürlich in die Infobox mit rein. Wäre schön, wenn ihr euch für das Produkt entscheiden würdet. Dass ihr das auch über unseren Link kauft. Dadurch haben wir einen kleinen Vorteil, da wir das dann was von Amazon vergütet bekommen. Ihr habt aber keinen Nachteil. Das Produkt kostet euch immer den gleichen Preis. Was wir auch mal getestet haben, da wir gerade kein Handy parat hatten, zum Laden über Induktion. Wir haben mal eine Oral-B-Zahnbürste draufgestellt. Und siehe da, auch hier wird der Akku geladen. Also selbst, wenn mal euch die Ladestation von eurer Zahnbürste kaputt gegangen ist, könnt ihr auch das natürlich zum Laden nehmen. Ja, das war es eigentlich schon soweit von dem Produkt. Kleines, schnelles, kurzes Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal natürlich wieder mit einem anderen Produkt, was vielleicht ein bisschen ausführlicher beschrieben wird. Aber ich denke, für das Produkt ist das vollkommen ausreichend. Und ja, klickt natürlich auf Gefällt mir, abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut! Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.